Das Edelmetall Silber gewinnt immer mehr Bedeutung als Währung. Der Fondsanbieter ETF Securities meldet, der steigende Silberpreis sei ein Zeichen dafür, dass Silber wieder als eine Form von Geld geschätzt werde. Das sei bei Gold schon immer der Fall gewesen. Silber hingegen sei lange Zeit nur als Industriemetall betrachtet worden. Heute, so ETF-Direktor Rindt im Nachrichtendienst MarketWatch, werde Silber sowie auch Gold als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten genutzt.